Tushakai Asana, die Stellung des Yogameisters Tushakai. Elena zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz. Von hier beugst du ein Knie und gibst die Ferse unter den Kanda, also unter das Perineum. Das andere Bein ist ausgestreckt und du gibst die Hände vom Brustkorb zusammen. Du schließt dabei die Augen und schaust zur Nasenspitze hin bei geschlossenen Augen. Diese Stellung ist benannt nach Tushakai, der gehört zu den 84 Nath-Siddhas, den 84 Yogameistern-Siddhas der Nath-Tradition.